Moin Moin und Herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Heute wollen wir die restliche Beliebte von Engine einsammeln Ja hier hatten wir schon Oh Gott Das wird schwer Ich glaube hier gibt es den Platin Ich bin mir nicht sicher Dann wollen wir mal mit dem Future Fancy anfangen Fancy Ja Als ob ich jeden mitnehmen würde Zieh durch, zieh durch, zieh durch Oh Gott Okay hier müssen wir warten Okay und was zum Teufel war das? Ah Ich wird schon müde Vielleicht liegt es daran Es reicht noch aus um welche zu holen Also zumindest Relikte Ah okay Wenn mir am Ende drei Sekunden fehlen Ihr wisst warum Ich weiß das hatte ich geschafft Ich könnte auch mal versuchen da rum zu springen Sieht man hier die Dings? Ne Dachte ich man sieht hier die Zeit oder so Das stimmt Ich bin fest Das stimmt Ich bin fest Ja, Gendia Belogen, Gendia. Ach, der Hund bellt schon wieder. Hat die Nachbarin auch den Hund nicht unter Kontrolle? Oh ja, gut. Ich bin raus, da Crash. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus. Jetzt zieht euch Crash. Nein, ich war wieder zu hektisch. Ah, ganz, ganz knapp. Jetzt habe ich dir nicht mitgenommen. Okay, das funktioniert. Man kann vorbeispringen, ist klar. Da wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob sich die überhaupt lohnen. Oh, das ist okay. Oh, das ist gut. Das ist gut, der Krash. Oh, fast runtergefallen. Ich hoffe, hier gibt es kein Platin. Nein. Okay, jetzt zum Glück keine Zeit, ich glaube im Remake schon 2.44. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir die Masken durchziehen müssen. Ich glaube, jetzt übernehme ich mich. Nein, oh Gott. Bei dem nächsten halte ich immer kurz. Ich bin wirklich einfach in der Käfer. Drei Masken waren anders. Dann ist, glaube ich, auch alles unten. Ach, ich hätte sogar durchziehen können. Warum? Verdammt, nein! Ja, super! Oh Gott! Na, ich hätte auch bis zum Ende durchziehen können. Jetzt zieh dich! Bleib ich unter 2 Minuten? Bleib ich unter 2 Minuten? Reicht das für Gold? Nein, das reicht nicht für Gold! Und zwar... Wie viel willst du dann für Gold haben? 1,45 13 Sekunden besser Fast Arme Akku, Akku Jetzt sind wir durch Ich wollte die Maske unbedingt haben. Auf die eine Sekunde pfeife ich. Weil mit einer dreifach Maske bleibt das Wasser, glaube ich, komplett unten. Ich wollte auf die Einser sprengen. Ich wollte auf die Einser sprengen. Und dann... Ah, Mist! Ich hasse den Speedruns. Ich habe die Einser sprengen. Ich habe den Speedruns. Boah, dank der Maske habe ich überlebt. Dank der Maske habe ich überlebt. Gott. Hier hätten wir die dritte Maske bekommen. hier würde ich es eigentlich auch schaffen da haben wir unser gold bitte kein platin bitte kein platin aber bis jetzt gab es hier noch kein platin schlüssel ist das kein platin? gold 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 und gold wie viele platinschlüssel gab es denn bis jetzt? nicht viele 1 2 3 3 stück bis jetzt erst oder? 4 ok das ist jetzt 4 stück nur 2 3 ist doch denk ich mal zu schaffen oder? 4 3 3 4 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 8 10 9 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 15 15 20 Ah, wieso habe ich den nicht geschafft im Jump? Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ah, was mache ich denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache nach dem Part auch mal ein bisschen Borre. Ein paar Stunden schlafen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn man die Kisten rechts anstubst oder aktiviert, kriegt man Zahlenkisten. Ich weiß nicht, ob sich das für die Zeit lohnt. Wenn du gut bist, vielleicht für ein paar Millisekunden. Nein, ich bin ein... Glückspilz. Ich bin so ein Glückspilz. Ich bin so ein Glückspilz. Nein, ich bin ein Pechvogel. Oh Gott, das war so ein schöner Run. Ich bin so ein Glückspilz. Nur wegen seiner Blüdenmaske. Ich bin so ein Glückspilz. Ich bin so ein Glückspilz. Ich bin so ein Glückspilz. Das habe ich geschafft. Ja, ich bin aber in der gleichen Zeit. Aber ich hätte es schneller schaffen können. Ich habe aus dem Anfang ein bisschen was rausgeholt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Trash. Ja, wir haben auch noch beide Masken. So, jetzt muss ich es nur noch einfach mal bis zum dritten Maske schaffen. Dann können wir durchziehen. So, jetzt aber an der Fahrt. Toll, als ob ich die eine Kiste nicht mitbekommen hätte. So lächerlich. Ich weiß nicht, ob es für Gold reicht. Und Afford. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen. Und es reicht für den Goldenen. Oh nice. Ich glaube einen Platin gibt es irgendwo noch. Ein oder zwei. Ich denke mal einen im Cortex Bereich. Also einen hier und einen im Secret Room. Oh nice. Den will ich das wirklich als allerletztes machen. Darauf habe ich sowas von keine Lust. Hier gibt es glaube ich auch einen Platin. Hm, hm. weiß er geht auf ach Gott ich dachte ich fahr jetzt schon wieder drauf rein zieh durch Crash Egal, Egal, weiter, 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 es ist nur eine Maske, es ist nur eine Maske und das ist gold, oder? Nein, Platin sogar! Ja, es sind immer weniger Relikte, bald haben wir alle Mich hat trotzdem mal die Zeit interessiert Aber ich denke mal unter einer Minute ist theoretisch machbar Ne, Bombas, traurige Bombas 2,8 brauchen wir ja noch Kann ich schnell fliegen? Natürlich nicht, oder? Da ist auch den, der wieder vorne hat Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sauschwer wird Wir haben es ja gerade mal eben so geschafft Bei Coco Ich werde mal stehen! Dankeschön 2,8 1,2 3,8 5,0 6,5 stehen hier Wo ist der andere Duggi? Ah, der unten. Hab ich gesehen. Ah, ich glaube Gold ist das nicht, aber es ist zumindest Saphir, oder? Gold! Okay, ich habe nichts gesagt. Wahrscheinlich gibt es Platin, ne? Nein, gibt es nicht mehr. Den Dulli haben wir. Dann bleiben nur noch zwei Level, ne? Einmal das hier, das andere müssen wir schon haben, ne? Ja? Ja. Ja. Ich will das als aller aller letztes machen. Komm, haben wir hier dann. 1,43. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich liebe das. Gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. warum wüsste keiner muss ich doppel das war unabsichtlich ist generell unabsichtlich aber damit habe ich nicht gerechnet du versuchst immer noch rechtzeitig abzuschlappen aber dafür ist meistens schon zu spät die vier sekunden habe ich die maske gerne geoffert liebe teppich kommen herunter sonst habe ich dir eine zu langsam so 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 warum springt er immerhin der idiot und dabei die dritte mussten wir einfach durchführen können so 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 wieso dann lobe